Einen wunderschönen guten Tag Ladies and Gentlemen, ich darf euch ganz recht herzlich willkommen heißen zu einem zweiten Teil von Cuphead. Ich habe noch nicht genug, vor allem weil ich ganz genau weiß, dass wir erst an der obersten Schicht der Schwierigkeit von diesem Spiel gekratzt haben und vor allem soll man das Spiel ja auch nicht nur auf seinen Rage Faktor reduzieren, deswegen habe ich mir im ersten Teil auch Zeit für die Story und die Appreciation dieses wunderschönen Artstyles genommen, den solltet ihr also auf keinen Fall verpasst haben. Der Ding steht natürlich in der Beschreibung und überall, wo man sonst noch so ein Video verlinken kann, also im schlimmsten Fall auch irgendwo in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung oder in deinem Kühlschrank. Ich würde danach gucken, ob ich das da nicht irgendwo reingeklebt habe und was auch in den Kommentaren stand, ist, dass es sehr wohl nicht nur Bosskämpfe gibt, sondern auch normale Rail and, also Run and Shoot Level, nicht Rail and Shoot, also man landet dann irgendwo auf Schienen drauf, aber eben so halbwegs normale Level, in denen man dann, und das vermute ich, weil die sind ja auch so kleine Striche, da kann man dann die entsprechenden Münzen sammeln, um sich zum Beispiel auch Upgrades zu besorgen. Deswegen werden wir jetzt erstmal uns mit einem Level beschäftigen, anstatt direkt wieder mit einem der großen Bosse. Und warum liegt das denn hier gerade eigentlich so lang? Das ist also Run and Gun. Da rennst du also einfach rum und bekommst so normale Gegner rein und knallst sie dann eben, ich muss auch nochmal gucken, dass ich hier direkt alles nochmal so schön drin habe. Die fallen hier so wundervoll runter und das ist eben so, wie ich es mir anfangs vorgestellt hatte. Und ich habe halt diese normale Abfolge im Kopf gehabt, dass man halt so ein Level spielt, so ein normales Rail and Gun Level und, Rail and Gun, ja, nein, ich sag's die ganze Zeit falsch, Run and Gun Level. Also, dass man so ein Level spielt und halt am Ende ein Boss kommt, wie das halt so in den meisten Jump and Runs so der Fall ist. Dass es jetzt nicht so war, ist natürlich nicht schlimm. Denn ich kann ja hier trotzdem ohne Probleme das hier so spielen und ich schnappe mir vor allem meine Münzen, denn die sind besonders wichtig, weil dann kann ich mir wieder neue Upgrades kaufen. Das ist ja ein elementarer Teil in diesem wundervollen kleinen Spielchen hier. Da habe ich meinen ersten Schaden genommen, aber den habe ich ganz bewusst genommen, einfach nur um zu zeigen, dass ich es immer noch kann. Komme ich da überhaupt zu hoch? Oder kann ich da... Ich dachte, ich könnte da vielleicht dranspringen, wisst ihr? Konnte ich aber nicht. Also, ich dachte, dass ich da, weil die pink sind, habe ich mich täuschen lassen. Wie soll ich das denn machen? Also, wie soll ich da denn... Wie soll ich da denn rankommen? Und die Prämisse ist natürlich immer noch, dass ich mich davon nicht irgendwie catchen lasse. Ich bin so gesaddled in mir drin und ich bin mir so bewusst, dass der Skill in mir schlummert, dass ich, glaube ich, kaum irgendwie ausrasten werde. Aber dafür muss ich mich natürlich trotzdem erstmal richtig konzentrieren. Kann ich wo draufspringen? Ne, ne? Wenn ich wo draufspringen, kriege ich nämlich auch immer Schaden. Vielleicht kriege ich die Münze nur, wenn ich Koop spiele, aber das kann eigentlich nicht sein. Wie kann ich die Münze bekommen? Hm. Ich weiß nicht, wie ich an die Münze rankommen soll. Also lasse ich die aus. Geht erstmal primär darum, das Level zu beenden. Ohne hier drauf zu gehen. Die Münze hier kriege ich natürlich wieder. Easy. Ach, es gibt trotzdem Minibosse. Das ist ja schön. Dass es die trotzdem gibt. Warum denn auch in so kleinen Levels? So hatte ich das eigentlich erwartet. Ne? Ich finde das jetzt echt schwieriger als die ursprünglichen... ...ursprünglichen Level, die man so hatte. Hä? Ich habe doch die Invincibility. Invincibility. Genau, ich schieße direkt, direkt klar. Ich schieße direkt vor ihn. Ich schieße direkt vor ihn drauf und er stirbt trotzdem nicht. Ich finde das deutlich schwieriger als die Bosse bisher. Aber weil so viel abgeht. Kann man da wirklich nicht draufspringen? Oder muss man sich da Schaden geben lassen? Ja. Oder nein, man kann draufspringen. Ich war richtig. Ich lag richtig. Guck mal, das ist ja gut, dass ich nochmal gestorben bin. Denn ich will natürlich alle münzen. Was soll ich denn ohne alle? Guck mal, wie ihr hier... Schön... Habt ihr das gesehen? Wie er da richtig die Kurbel drehen musste? Der kleine Schlingel. Alles easy. Alles easy cheesy. Ich weiß genau, was ich tue. Habe ich alle Münzen eingesammelt? Das stand ein Bravo. Ich habe keinen übersehen. Es war nur eine kurze Eingewöhnungszeit. Kurz wieder reinkommen in das Spiel. Und dann habe ich das in einer wunderschönen Zeit von 1,38. Ich habe jetzt leider gerade... So. Das war der Dance dazu. B. Ein wunderschönes B. Und alle Gold Coins habe ich mir in die Tasche gepackt. Juhu. Wieder eine Brücke. Toll. Einfach toll. Einfach toll. Einfach toll. Ab in den Shop. Rein. Willkommen. So. Was hast du denn da? Long Range with Below Average Damage. Mhm. It's an additional hit point, but lightly weakens your attack power. Da kann ich einmal mehr Schaden nehmen, aber bin ein bisschen schwächer. Short Range with Great Damage. If you can keep close to your target. Also ich kann ja auch verschiedene Schüsse mir schnappen. Der Roundabout klingt ganz gut. Den kaufe ich mir jetzt und probiere ihn mal aus. Goodbye. Den probiere ich jetzt mal aus. Ein bisschen so einen neuen Schuss. Weil der eine war irgendwie so automatisch mit schwächere Damage. Der andere war so Shotgun-mäßig ganz nah ran und viel Damage. Und das war irgendwie so ein cooles... Ach, ich habe auch einen B-Shot. Ja, den nehme ich jetzt mal hier. Great Coverage with Average Damage. Aim backward for maximum range. Aber wie kann ich den denn switchen? Das werde ich jetzt gleich schon merken. Wie ich das machen kann. Gehe ich erst wieder in Level oder gehe ich hier? Weil hier ist auch nochmal ein Boss. Ruse of an Oose. Gib mir den Boss. Ich habe Bock auf den Boss. Das ist genau das, was ich will. Ach da, guck mal. Hier steht, wie ich switchen kann. Ui, ui, ui. Meine neue Waffe ist das hier. Diese tollen Ringe. Die treffen natürlich fast immer irgendwo hin. Ob die jetzt allerdings so Premium sind, weiß ich nicht. Ich benutze die jetzt einfach mal. Ich habe sie gekauft. Und das war nicht so schlau. Du musst so ein bisschen darauf achten, was er genau anstellt. Jetzt kommt irgendwas von oben. Er ist erstmal größer geworden. Auf die Fragezeichen hätte ich drauf springen können. Und ich sterbe. I'm a handsome slime bringing pain one bounce at a time. Und das ist übrigens nochmal anzumerken. In diesem Spiel muss man sterben. Das möchte ich nochmal wirklich hier zum Ausdruck bringen. Deswegen ist es auch kein Versagen. Man kann sich darüber aufregen. Man muss sich aber nicht darüber aufregen. Man kann auch einfach sagen. Konzentration. Ich muss versagen, um gewinnen zu können. Ich muss die Muster lernen, um dann am Ende zu wissen, wie gehe ich an die ganze Sache ran. Und ich denke, ich bleibe bei dem normalen Shot. Den fand ich irgendwie ein bisschen cooler. Aber da kann ich halt nicht nach hinten schießen. Ne, war schon sinnvoll. War schon sinnvoll. Das war natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Da kann ich eigentlich direkt wieder von vorne anfangen. Aber ich bleibe mal bei dem Shot, weil sonst muss ich mich oft umdrehen. Da war eigentlich fast auch dieses Auto-Aim-Ding cool gewesen. Weil guck mal, die drehen sich immer wieder zu ihm rum. Und so habe ich immer Treffer. Egal, was passiert. Und das ist schon sehr, sehr gut. Wobei ich gar nicht so viel treffe. Also vielleicht, ich renne auch die ganze Zeit in den Reihen. Ich kann direkt wieder neu starten. Ich renne auch die ganze Zeit in den Reihen. Ich bleibe nochmal beim normalen. Man kann ja auch verschiedenste Arten und weiter... Was war das denn schon wieder? Ich wollte eigentlich die Super-Attacke einsetzen. Schon wieder, kann ich schon wieder neu starten. Vor allem habe ich gerade in meinem... Ach komm, immer dieses in den Reihen springen. Ich muss die Distanz besser rauskriegen. Jetzt wird er größer. Aber ich kann hier direkt diese Fragezeichen und sowas platt machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ach, damit kriege ich... Damit kriege ich mir super Angriff. Leute, wenn ich hier... Diese Fragezeichen... Platt mach. Das war schon... Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ich kriege immer mehr raus. Ich kriege immer mehr raus. Ich kriege immer mehr raus. Ich soll mich auch nicht so oft auf mein Ausweichen verlassen. Das kann nämlich auch ganz schön einfach nach hinten losgehen. Wenn man das zu spät macht oder nicht im... Richtigen Moment. Ach komm, und dann wieder direkt rein in ihn. Und jetzt macht er wieder das. Habe ich schon so viel Schaden gemacht. Ach, Mann, ey. Ja, nee, 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 nee. Okay, also das macht schon mal mehr Schaden. Man kann eigentlich anfangs hier nur so hin und her laufen. Da muss man gar nicht viel tun. Oh, komm. Meine Superattacke geht halt auch nicht weit genug. Die Superattacke darf ich nicht. Aber ich war schon fast an der zweiten Stage. Ich komm weiter. Ich kriege sein Muster. Ich kriege sein Muster raus. Es hat auch nicht wirklich... Also natürlich ist er ein Stück weit berechenbar. Ist ein Bosskampf, ne? Aber das Problem ist, zum Beispiel manchmal, wenn er an die Wand springt, dann springt er von der Wand wieder ab und springt wieder ins Feld rein. Aber manchmal springt er da noch direkt auf sich drauf. Warum tut er denn sowas? Ich bleibe jetzt einfach hier auf Dauerfeuer. Das wird wahrscheinlich echt am sinnvollsten sein, weil es mehr Schaden macht. Dann bin ich zumindest immer wieder schneller bei der entsprechenden Stage. Man muss mich nicht so viel aufs Aimen konzentrieren. Ja, guck mal, wie schnell ich da da bin. Und hier gehe ich gar nicht erst groß an ihn ran. Ach komm, guck, guck, habt ihr das gesehen? Eigentlich hätte er auf mich drauf springen sollen. Ist er aber nicht. War ein ziemlicher... Oh, oh, das ging jetzt aber fix. Das ging jetzt aber fix hier. Jetzt muss ich gegen den Grabstein kämpfen. Oh, Tatsache, ich muss wirklich gegen den Grabstein kämpfen. Cool, das ist ja auch mal kreativ. Die Frage ist, wann treffe ich den Grabstein denn mal? Ich glaube, ich muss hier locken. Also nach oben locken, das ging irgendwie. Ich habe es nur wieder... So, ich muss das mit dem Locken nochmal rauskriegen. Wisst ihr, ich muss das jetzt eigentlich einrasten lassen. Weil schwierig ist das gerade nicht so. Aber ich muss halt nach oben schießen. Und jetzt habe ich auch das Knockout. Das ist eigentlich gar... Also die letzte Phase ist ein Witz von dem Boss. Das ist jetzt eigentlich allgemein nicht so krass schwer gewesen. Du musst dir ja nur irgendwie am Ende ihm ausweichen können. Das musst du lernen. Ich habe jetzt zwar nur noch irgendwie mit einem Leben fertig gemacht. Ja, es war nur noch ein einziges Leben übrig. Ich muss trotzdem dancen. Ja, das ist ein C. Aber ich habe euch ja das letztes Mal schon erklärt. Das ist völlig in Ordnung, dass man mal ein C hat. Aber ich habe das irgendwie noch nicht so raus, damit, dass dann quasi meine Pistole eingeloggt wird, dass sie nur nach oben schießen soll. Den Goopy Le Grand Soul Contract. Den habe ich aber in der Tasche. Und es geht doch am Ende des Tages wirklich nur darum, die in der Tasche zu haben. Was ist mit ihm hier oben los? Da ist auch nochmal irgendwas. Ich kann mir ein Flugzeug zusammenbasteln. Aeroplane Blueprint. Ist das ein Level? Oh, das ist ein Flugzeug Level. Mit X schieße ich. Mit B werfe ich Bomben. Ich habe erst einen Axe Attack und dann habe ich eine Superbombe. Mit A wird pariert. Und mit Y werde ich kleiner. Das brauche ich dann wohl, wenn ich kleiner werden muss. Okay. Dann weiß ich das jetzt. Gibt das dann jetzt auch ein Level damit? Hier zum Beispiel ist das hier ein Bosskampf mit einem Flugzeug. Threatening Zeppelin. Ein bedrohlicher Zeppelin. Ach. Das wird doch easy was. Ich meine, ich kann schrumpfen. Ich kann parieren mit A. Ich kann so eine fette Bombe abschießen. Jetzt ist sie ein wütendes Schaf. Na klar, gar kein Problem. Kann ich hier trotzdem, ich kann trotzdem meine Ausweichmoves machen. Und zwischendurch seht ihr auch Kugeln. Ich, äh, also ich achte darauf. Ihr hoffentlich auch. Oh, oh, oh. Ja. Da würde man sich manchmal schon jemanden nebendran finden, äh, wünschen, der ab und zu mal auf die Schulter klopft und sagt, komm, ich liebe ja auch noch. Ich kann das jetzt vielleicht noch reißen. Stattdessen sitzt man hier, merkt, dass dieser Boss insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Formen hat und freut sich darüber. Denn sie sehen ja alle toll aus. Ja, hier kann ich halt auch noch keine Waffe wechseln. Stattdessen bekomme ich irgendwie, ach, das Lachen von der ist auch Damage. Hä, was ist denn hier jetzt gerade los? Da war irgend so ein Stern. Vor allem auch schön, dass man nicht nur sie alleine besiegen muss, sondern inzwischen auch noch irgendwelche kleinen Minions rumfliegen. So mag man das. So, das habe ich pariert und durch das Parieren bekomme ich ja, äh, Fertigkeiten dazu. Also hier, äh, Skillpoints, um so ein bisschen mehr drauffeuern zu können. Das heißt, das macht eigentlich schon ganz schön Sinn, die ganzen pinken Sachen immer zu parieren. Immer daran zu denken, dass die eben den Kampf beschleunigen und man stärker wird, weil man seine Super-Attarkung bekommt. Ist schon wichtig. Und ihrem Ha-Ha-Ha muss man trotzdem auch ausweichen. Zum Beispiel, jetzt hätte ich da ausweichen sollen. Jetzt kriegt wieder irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, von wo ich gerade getroffen wurde. Jetzt schwebt sie hier als Doppelwolke durch die Gegend. Und sehe, hoi, oh, was ist das denn hier? Alter. Alter, Verwalder, ey. Oh, was ist das denn? Hauptproblem ist aktuell, ich habe kaum noch Leben und bin auch tot. Aber zumindest schon über die Hälfte gekommen. Sie erinnert mich auch an irgendeinen Charakter. Wäre die spitze Nase nicht, wird sie so ein bisschen aussehen wie die Freundin oder Frau. Das habe ich nicht mehr so genau im Kopf. Ich kenne da die Relationships nicht mehr so gut. Von Popeye. Popeye hatte ja ein Mädel, das er immer wieder mal befreit hat mit seiner spinat-tiefenden Faust. Und die hatte so ein bisschen so einen ähnlichen Look. Zumindest vom Gesicht her. Also sie war jetzt kein rumfliegender Zeppelin. Ich bin immer noch dran. Ach, verdammt, in das HH bin ich rein. Aber gleich soll die nächste Stage schon dran sein. Also alles gut. Auch diese Sternsache ausweiten. Was ist das denn hier schon für eine Stage? Ganz komische Sache hier. Ich weiß nicht so genau, wie ich bisher allem ausgewichen bin. Aber die Zeiten sind jetzt auch vorbei, dass ich Sachen ausweiche. Wie weit war ich vor dem Ende? Eine Stage wäre es noch gewesen. Es spielt sich halt natürlich auch plötzlich komplett anders. Dadurch, dass man jetzt dieses Flugzeug ist. Kann ich dann eigentlich keine ganze Zeit klein bleiben, um Dingen auszuweichen? Vielleicht soll ich das einfach öffnen, weil es ist nicht meine typische Ausweichfähigkeit. Die funktioniert nicht mehr genauso wie vorher. Okay. Merkt ihr das? Also ich mir jetzt und du dir auch. Also ich weiche so aus. Oder kann ich damit auch wirklich? Ich probiere es mal. Ne, damit kann ich gar nicht so ausweichen, wie ich vorher ausgewichen bin. Das muss ich mir merken. Also wenn, dann muss ich mich halt klein machen. Ich lade jetzt mal meine Superattacke komplett auf. Und gucke, was dann so passiert. Ob das Sinn macht, diese Megabombe hervorzurufen. Das mache ich nämlich jetzt. Da gibt es ein fettes Boom. Wie viel Damage hat das jetzt gemacht? Sie verwandelt sich zumindest. Wieder diesen coolen Armor, der mir auch direkt Damage macht. Ich kann mich halt immer klein machen und dann so wirklich ausweichen. Aber diese Sterne schweben auf ewig um einen rum. Gar nicht so einfach dann. Und dann kommt wieder dieses HaHaHa. Da kommt wieder der Wirbelsturm. Ja, ha ha ha. Wie oft ich davon schon getroffen wurde. So wieder in die Bombe. Und rein. Kommt hier jetzt nochmal irgendeine Form? Ja, ne? Oh Mann. Du hast zu schnell verloren und ich war nur halb Moon. Das ist ja ein hässlicher Mond. Schaut euch das mal an. Was für ein Gesichtselfmeter. So, komm, verwandel dich in den Mond. Und brille irgendwie komisch rum. Vor allem ist das Gute. Ich kann so machen. Und dann fliege ich hier mal rein. Schack. Ne kleine Bombe. Ist das schon... Was ist das denn jetzt? Oh Gott, sie ist so mordsugly. Und es sind auch noch Ufos. Ihr kennt meine Philosophie. Früh Schaden kriegen heißt früher tot. Heißt frühes Versagen. Geht nicht. So, ich werde jetzt probieren, die Stage hier noch so ein bisschen zu überleben. Bis die Ufos kommen. Und mich dann in... Jetzt. Wenn ich Schaden genommen hätte. In die Ding zu verwandeln. Und zu hoffen, dass das ausreicht. Um hier irgendwie... Äh... Das zu beenden. Ja. Guck mal, wie sie aussieht. Mensch. Mädchen. Lass dich doch nicht so gehen. Lass dich doch nicht so gehen. Ich muss definitiv einen Stuhl finden, der sich innerhalb von 3 Sekunden zurückfahren lässt. Damit ich so ein bisschen mehr dancen kann. B-. War das Minus wirklich nötig? Wahrscheinlich für die... Zwei Lebenspunkte, die ich verloren habe. Schon. Ich finde es immer amüsant. Man kriegt diese Bosskämpfer-Dialen wirklich unter 2 Minuten. Eigentlich nicht wirklich länger als 1,5 Minuten. Bei den meisten. Und da arbeitet man aber mehrere Minuten hin. So läuft das halt mit dem Training. Und ich habe die Hilda Birksoul mir somit geschnappt. Der Zibelin ist unser. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das wie immer sehr, sehr gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mitteilen. Ich lege für dieses Video den Controller nieder. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe euch hat das unterhalten. Und auch in diesem Video von Cuphead habe ich es geschafft, meine Ruhe zu bewahren und stattdessen den möglichen Rage mit Erfolg auszutauschen. Namaste.